guten tag und willkommen hier auf meinem kranke glück oder kommen wenn es will ich bin euer gelber ob glück oder können guck mal ich tanze baby party break dance ja ich bin glück oder können willkommen hier auf meinen kanal werdet haben eine micro community lasst doch ein abo da wir spielen heute wieder stick fight the game game das mal schön hinlegen war das anstrengend was soll ich sagen stick fight the game wieder mal so ich versuche so acht bis zehn minuten aufzunehmen bloß nicht so lange wird langweilig drückt die daumen ich heute ein paar kids mache und nicht einfach nur so naja sterbe als da bin ich auch nicht so gut drin aber ja los geht's wir gehen jetzt einfach mal in reiner online und quick match mein bein club ist gleich jetzt bin ich dabei das ist prima prima ich bin doch grün ich weiß nicht wie man schlägt das ist blocken oder schlagen nein 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 der würfel war böse stick fight the game ist schon lustig aber immer ich bin schlecht da drin aber gut bin echt schlecht da drin jetzt kommt die decke noch unter nein nein hey ich konnte gar nicht reagieren ich sagte der blaue gewonnen hahaha so muss er unten die alte gewonnen stickt haste ich naja das war zufall ich bin einfach nur runter gesprungen hey hey ich bin doch gar nicht dabei hallo nein ich konnte nicht reagieren so schnell bin ich gestorben aber guck mal die drei leben noch und die schießen eklige schlangen big fight the game halt ist schon warum hat der eine knare was war das für bug oh nein 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 nicht schießen aus böse und lass mich in ruhe ich mach doch nichts raketenwerfer nein scheiße ich konnte es nicht sammeln aber ich bin hier alleine das ist schon mal sehr gut weil wenn der gleich fällt lebe ich noch nein geh weg warum hat der gewonnen wort war dead ja die mal rüber ich bleibe hier du siehst mich nicht ich verstecke mich mal gucken ob das klappt oder auch es auffällt dass ich vielleicht noch lebe und keiner mehr da ist weil er sieht mich nicht er sieht mich nicht weg ab nein darf ich ruhe darf ich aus ich dachte ich bin so viel schlauer als er aber das war nicht so okay komm her was hast du denn bleiben oben bleiben oben ich verstecke mich lieber hat er jetzt gerade meinen schuss abgelenkt und nicht damit getötet wieso kann der waffe sich aussuchen ich bin tot aber wieso kann der waffe ausrüsten was das für ein cheater hallo was ist das auch wenn das ein server ist wieso kann der das ich bin tot auf dem schießt wird worte war wie geht das joh der rote schiedelt alter und das vom feinsten der red guide schietet nein dass die rohe ist oder nichts er ist zu mir gespielt drei worte wieso geht das was uns aber mal gemeinsam gegen ihn vor ich habe eine helle bade und ich weiß nicht wie man sie einsetzt ich sehe nichts mehr ich lebe noch wenn ich eine typ schießt doch hardcore oder man kann immer den waffen am start haben ich glaube gegen den cheater hat man keine chance oder ich bleib noch drin ich bleib noch drin ich will ich will nicht würden ja 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 nein nein schlangen weg nein weg da böse schlange nein lass mich in ruhe ich habe den roten getötet lange geweckt nein wieder geld gewonnen wird schlange mich gebissen hat ich habe den cheater getötet wieso bin ich denn tot was solle macht der cheater fraktion also also hat man ist von der seite ist das nicht und guck mal er kann jede waffe ausrüsten was ist das was ist das was war das so war ich tot die runde beenden wir mit dem cheater und damit die wd selbst bei stake bei der game wird jetzt worte piep ist dass er selbst bei dem game gibt es irgendeinen der meint er muss schieben ich dachte ich schiebt sie runter ich bin ja ich bin gerade durchgelaufen aber ich wollte ihn mitnehmen ich dachte ich habe mich mal zu tode aber dann ja ich schreibe an den game lau schreiben die cheater schreiben domination ich finde es traurig dass man beim game wie stick weit dass man da wirklich schietet dass man in dem game schietet nein ich habe keine knarre wieder lebt warum lebt er noch ja warum lebt denn noch weil er schietet ist das ärgerlich ja der gelber hat gewonnen trotz des cheaters nice etwa und scheiß das dort schieben auf hohen niveau oder was für einen sprung also ich habe mich in die freiheit gesprungen ich habe nichts mehr nein die weg mit einer hellbade ich weiß nämlich nicht wie man ohne helle bad was soll ich sagen der cheater nervt und der andere ist gut ja es mich jetzt gerade so nervt dass ich zwar nach rechts unten gelingt habe ich trotzdem nach links geschossen habe also stick weit sehr gut jetzt ohne scheiß das gar nein nein ich bin schon wieder tot ich wurde erschossen aber wenigstens vom gelben und nicht vom cheater aber heftig dass er so wenig bock hat dass er nichts macht scheiße ich dachte ich kann den schubsen aber nein aber so ein scheiß der hat so wenig spaß in den game dass er alles mögliche schietet und trotzdem kein bock hat kurzen prozess mit um zu machen finde ich auch nicht schlecht schön ist dass er uns die ruhe fighten lässt und trotzdem dabei stirbt wie geht das das ist nice ich habe jetzt noch ein cheater hier drin hallo wie sagt der gleich eine pistol der neue der blaue warum hat der knarre also ich versuche wie ihr seht mein bestes um ihn noch irgendwie weg zu klicken aber der typ ist ja da so cheating op drauf ja wenn es sein server ist ja und er ist ja okay tschuldigung aber ist das cool die anderen so fertig zu machen ich finde nicht aber naja vom winter winter acht haben wir jetzt okay wo ist der winter was ist das ich bin radikal und bremst in den tod gestört okay das war jetzt sehr realistisch habe ich dachte eine knarre was hat der rote aktiviert what the fuck was hat der cheater aktiviert ich fühle mich so verarscht durch den cheater das ist so wie kann man der waffen trocken geht das kann dass jeder also schön dass sie in dem video sieht was ein cheater ist und ich glaube das ist einer ich weiß noch nicht was man davon halten soll wie schlecht ist man als gamer oder wie klein ist sein selbstbewusstsein dass man schieben muss um sich anderen überlegen zu fühlen ich weiß es nicht aber letzte runde in der waffe alter jetzt nicht gut das war es wieder zurück hier im startmenü was soll war das warum muss man bei so einem game wie stick fight the game schieten und selbst wenn der admin ist muss kann er warum was war das bleibt um die kommentare was das zur hölle war ich verstehe es nicht ich könnte die decke hochgehen was habe ich bin gleich unter der decke nein klappt nicht spagat eier gebrochen oder von solchen leuten wie den red cheater ich weiß es nicht also ich halte wenig von solchen menschen aber ja was soll man sagen ich wünsche einen schönen tag guten morgen noch besser abend schaltet um 19.30 wieder ein wenn es heißt dinoscape so heißt das gang glaube ich ne ich versuche meinen rekord zu brechen fällt lustig wenn ich jetzt runterfalle also seid in einer stunde dabei bis dann zum nächsten mal